Ich bin mit einer Reisegruppe in Thailand unterwegs. Unsere Fahrt beginnt in Bangkok und führt uns nach Norden bis ins Goldene Dreieck. Mit dem bequemen Bus sind wir nicht immer unterwegs, sondern auch mit solchen landestypischen Verkehrsmitteln. Eine Fülle bekannter Sehenswürdigkeiten liegt auf unserem Weg. In Bangkok sind es der Königspalast mit seinen Tempeln und das Wat Po mit dem riesigen liegenden Buddha. Ein Besuch der schwimmenden Märkte in Dam Nuen Saduak ist ein Muss für Touristen. Auch die Ruinen der zweiten Hauptstadt in Ayutthaya sowie der archäologische Park in Sokotai sind Programm der Rundreise. Die Verpflegung ist für europäische Zungen gewöhnungsbedürftig, aber schmackhaft. Von den vielen Buddha Statuen und Tempelanlagen, die ich zu sehen bekomme, beeindruckt mich der Tempel Wat Rongkun nahe Shanghai ganz besonders. Mit dem Bau dieses Tempels nahe seiner Heimat will der Künstler Shalem Shai ein buddhistisches Denkmal schaffen. Als er 1996 damit beginnt, ist er 42 Jahre alt. Shalem Shai hat in England Kunst und Malerei studiert und sich international einen Namen gemacht. Allerdings gilt er in den Fachkreisen seiner Heimat als umstritten, da sein Schaffen nicht der traditionellen thailändischen Kunst entspricht. Die typischen wilden Fratzen am Eingang begrüßen aber auch bei ihm die Besucher. Befremdend ist dagegen, dass bei Shalem Shai Weiß für die Reinheit Buddhas steht, obwohl sie in Thailand traditionell als Farbe der Trauer gilt. Gold in Thailand, normalerweise die Farbe des Prachtvollen, wird von Shalem Shai für die unreinen Dinge benutzt und soll auf die Unvollkommenheit der Menschen hinweisen. Darum hat er hier ganz gezielt die sanitären Anlagen untergebracht. Mit der Errichtung dieses Tempels möchte Shalem Shai Unsterblichkeit erlangen. Der Tod kann nur meinen Traum beenden, nicht aber mein Projekt, sagt der Künstler, der mit dieser Brücke den Übergang vom Zyklus der Wiedergeburt zum Raume Buddhas symbolisiert. Grimmige Wächter beschützen ihn. Und silberne Spiegelscherben sollen den Tempel auch in der Nacht im Mondlicht funkeln lassen. Diese Darstellung der Hölle erinnert mich allerdings sehr an die des Christentums. Die Studenten, die jetzt zu seinem Team gehören, sollen einst sein Werk vollenden, für das noch sieben weitere Gebäudekomplexe geplant sind. Anfangs gelingt es Shalem Shai, den Bau seines Tempelkunstwerks aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Seit 2004 nimmt er auch Spenden entgegen. Allerdings lässt er nur Einzelspenden mit maximal 250 US-Dollar zu, um fremde Einflüsse zu verhindern. Eine zusätzliche Einnahmequelle sind diese Amuletts, die mit Wünschen und Namen versehen von den buddhistischen Besuchern gekauft werden. An der Chatra, dem Sonnenschirm, werden sie dann aufgehängt und sollen Glück bringen. Kleinere Münzen werden im Brunnen gespendet. Der weiße Pavillon, der sich schützend über ihn wölbt, ist, wie alle Gebäude dieser Tempelanlage, in vielen Einzelteilen in Kunststeinen gegossen und zusammengefügt. Schon heute, lange vor seiner Vollendung, ist dieses großartige Kunstwerk zu Ehren Buddhas bereits ein Anziehungspunkt für Buddhisten und Touristen aus aller Welt. Möge sich Schal am Scheiß Traum von der eigenen Unsterblichkeit erfüllen. Schal am Scheiß Traum von der eigenen Unsterblichkeit. Schal am Scheiß Traum von der eigenen Unsterblichkeit. Vielen Dank.